drei mal bei manu hat es nicht abgespielt bei manu das nicht abgespielt 1 2 3 4 mal vier mal gefällt mir ach thomas der karton ach thomas weiß nicht was du gesagt hattest nach wegen den sekunden wegen den sekunden weil gesagt dass ich verstehe verstehen ja mann und das ist geil aber hier mache ich nicht eliminieren das ist cool der wort ist mega geil das ist blöd wenn man hier das nicht mitkriegt nachher so eu habe ich aus ne ist kein ego das ist so geil okay jetzt nicht oder oder schmidt auf geht's das ist erstmal das letzte das aber es dem nix mehr den linken auge ist kaputt Dein linkes Auge ist kaputt? WTF? Ich mit spitzen Stecken spüren Denk ist zu bremsen War knapp Jetzt überschlag ich mich bei der Landung WTF? WTF? Ist viel gedriftet Auch ganz Wird gedriftet 2 Anruf Ja, nicht jetzt Die Wand ist kurz vor mir alles aufgetaucht Ich habe eben schon gewundert, warum ihr alle so schnell abgebogen sind Nein Oh scheiße, ich verurte Ja Und der Baum Ich wollte nur sagen so Haha, warum wir ein paar selbst gegen den Baum Pfff Haha Pfff Pfff Karma Haha Karma Soll ich mich Pfff Pff 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 Ist hier dieses蛮 am Wasser stattfind? Pff 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 wenn ihr da drin seid respawn in diesem kasten ich habe alles ich sterbe ich sterbe oh fuck oh das wird auf einmal alles schwarz oh nein ich bin unter wasser was ist das nein ist das geil oder ist das geil Mann krass geil bring ihr alle in die luft allein ah fuck oh fuck oh das geht doch nicht gestern lief das so gut ja schön gestern ist nicht heute muss man da zuletzt zuletzt musst du da noch und so oh oh das wird dagegen geklaut scheiße das ding ist ganz sehr nice oh ja wenn da hin fährt auch immer das dunkel und dann die sounds schon geil ach ja komm andererseits ja bau sowas mal komm jetzt mal unter die map und bau das da vor allem unter dem wasser er hat auch sagt paul freundlich wie immer ja natürlich alle umbringen alle töten jetzt komme ich doch nicht mehr rum das heißt nicht mehr apokalypse das heißt paulokalypse paulokalypse ja wenn ich dann sage klinger ich auch nicht paulokalypse ist auch bald ein neuer film paulokalypse ich verabschiede mich erstmal ja tschüss alles klar manu hau rein tschüss manu bis dann mann jetzt bin ich obendrauf und auf dem oh fuck fuck ach mann ne alles cool jetzt komm ich mach das gerne immer wieder allein durch das wasser da durchzufahren wieso respawn ich nicht mehr ich auch nicht auf ladebildschirm ah jetzt schon von manu verlassen hat dann durften wir jetzt nicht respawn das ist mir das wahr oh mein gott ist das schlimm hier was geht eigentlich ah fuck dachte du auch bloß weil es schon geschafft hast ja ich hab's an der letzten rampf wieder runtergefallen ich hab's fast geschafft ich hab's geschafft ich hab's geschafft ich hab's geschafft auch die laternen hier immer in den weg zu kriegen oh das gibt's nicht mann äh jetzt hab ich's warum hast du jetzt eingehalten ich schaff's heute nicht ah andy bin heute zu blöd ja ich glaub Jay ist rausgeflogen wa juhu er antwortet auch nicht mehr oder hat jetzt anrufe oder irgendwas oder kontrolle leer oder irgendwas kann ja auch sein kontrolle leer oder irgendwas kann ja auch sein kontrolle leer ja mein kontrolle ist fast leer ich hab ja auch den guten vertraut der hat ja nicht automatisch ich schaff das heute nicht los hast du ja schon wenn ich's durch schaffe halte ich an alles doch wenn du dann nicht schon vor mir sein solltest wenn du mich nicht misst ah ich komm heute da um die kurve nicht rum wer ist tomaco ich moin hallo guten abend wow wer sind wir hier die stimmen wow nein 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 oh ich hab's flieger geschafft andy wenn du einmal an mir vorbeigefahren bist dann sagt man oh fuck johu was kann ich dafür dass dein Scherz gut rüber mehr ist du hast uns werbe macht oh 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 jetzt hab ich's endlich glaube ich ich seh nichts every party dunkel every party dunkel alles klar jetzt schaff ich das nicht mehr aber wenn ich's jetzt durch hab fahr ich auch nicht andy ist glaub ich schon durch ja ja ich bin da die rampeln bin ich dann rüber schnell zu machen gestolpert ah ich oben komm ich nicht mehr zurecht als vierte hab ich's geschafft okay auch schon wieder auf die letzte letzte ja wir fahren rawrides stuntrennen spieleliste ja juhu ja wenn wenn rennen vorbei ist lade ich dich mit ein ansonsten hast du deine stimme zugelassen weil wir streamen grad hier ja ich bin wirklich vor dem vor dem vor dem checkpoint bin ich kaputt genau vor dem checkpoint oder was naja ich hab's doch noch geschafft ich hab war noch sehr schön naja das gibt's denn also ich komm da nicht vom fleck ey wir hatten hier die ganzen gas tanks hochgeladen äh hochgejagt ich würd mich mal an ich würd mich mal an ok ne ich wüsste nicht dass ihr ihn gerammt habt ok erratalk ist auch nicht da wievielrunden sind das 2 2 2 hat's einer schon ein zweites mal geschafft ja ja ok 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 alter holst mal doch die eier ey die lösen zu dir auszugehen ach thomas wir sind doch alle über 18 ja aber vielleicht sind das nur Follower die die unter 18 sind gleich weißt du die hast du jetzt verdorben fürs Leben ja jetzt bist du schuld an der erziehung ja du hast du schon nie auf die pausen von Micky Moss erzogen äh darf ich schon durchfahren oder muss ich noch warten ne fahr durch ok immer durch da immer durch da er kennt auch so von früher halt nicht erratalk schreibt ich habe sie telepathisch in luft gesprengt als alle unter der map waren alles klar erratalk irgendwie musst du auch deine spuren hinterlassen naja das haben wir ja meistens äh nur gemacht wenn wir nicht gestreamt haben ja oh man was mach ich denn ich bin doch wie macht ihr das mit dem anrempeln oder was kann man rabiat fahren oder wir haben keinen kontakt an wir haben keinen kontakt an und falls wir kontakt an haben dann fahren wir fair ohne absichtliches rahmen ok muss ja immer noch vorher klären ja jetzt geht das geschrei gleich los ey ne ne bei warrides haben wir so keinen kontakt weil dann wird man sich eh nur die ganze zeit behindern ok 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 ja komm 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 wer ist vierter ich ich stehe buch wenn wir wie wer wo was du nee nee ich bin doch nicht im ziel ich bin doch grad wieder auf die oberfläche gekommen ja da hat er nicht mehr geladen hat er ich fahr jetzt gleich müsste jetzt die zeit runter zählen eigentlich rein theoretisch das war richtig dunkel und dann die soundkulisse so geil aber sonst ist er doch macht auch so recht respekt sehr froh dass solche leute gibt die da doch können auch erst mal so viel angeweile um das erst mal zu beherrschen sowas zu bauen allein solche war rights oder kornzieher oder alles wir beherrschen es zu vorn das heißt wir das sind die leute die ihre katzen mit ihrem mund 16.000 oder mit ihrem mund mund das kann die das katzenfutter in den mund nehmen und die katze aus essen lassen zu achtung gleich kommt die einladung genau so was ja es ist wie wenn ich halt am besten mal eine klappe ich habe noch mal ein also ich will auch gar nicht wissen leid er nämlich gleich raus schmeißt ich wollte gerade raus schmeißen alles cool ja der kunde ich will auch mal gern wissen was hat der sich gedacht hat als er den bürger herumgeschickt haben in der gruppe welche bilder über drei zwei siegen